Hey ho und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Overwatching You und es sind immer noch die Sommerspiele 2017 und ich würde sagen, da es immer noch die Sommerspiele 2017 sind, gehen wir in den Arcade Modus und machen endgültige Eliminierung. Einfach mal, damit wir eventuell, hoffentlich, vielleicht, ganz lieb, frag, eine Lootbox kriegen. Ist ja dementsprechend, wenn man da gewinnt und so. Castillo, um genau zu sein. Okay, ich würde sagen, hier, eine Fahra, pum, 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 pum. Ich meine mal, Eliminierung ist doch ganz unser Stil. So, dann wollen wir mal. Ich beschütze die Unschuldigen. Hallo. Eins. Los. Wird irgendwo eliminiert. Fertiges Gesicht. Zurück. Gegner eliminiert. Wo ist er jetzt? Ha, ich wollte gerade sagen, irgendwo hier wird er doch sein. Eins. Zu null. So. Bereiten Sie sich auf den Kumpel, wenn wir... Doomfest. Doomfest. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ah, ich mag den Modus, bin ich ganz ehrlich. Genauso auch Überraschungshelden. Weil im Grunde muss man damit ein einigermaßen hinkommen. Das ist nur durch Konziden der Möglichen. Eins. Los. Ja. Was ist das? schade ich wollte auch gerade durchziehen und komm 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 das schaffst du ja schönes ding nice nice okay dann Hansel Hansel auch einen kleinen Helden den ich mit dem ich eigentlich relativ am Anfang viel gespielt habe so oh Nein! Fuck! Ah, fuck! D.Va Ja, eigentlich kann ich Handzone nochmal spielen, weil er ja nicht gewonnen hat, die Runde. Meine Güte. Los, Matchport. Schaut mit den Augen des Drachen. Bin sofort wieder da. Na? Ah! 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 Fuck it! Gibt's doch nicht! Hey! Die Wahn! Nicht auf gar sein! Ernsthaft? Ah, okay. Na, toll! Na komm, die Waffen, mach was! Na, komm, wenigstens den 1 noch, oh, schade. 2-2 Okay, Handzone nehmen wir jetzt nicht. Wir nehmen... Ah, wie nehmen wir jetzt? Wir nehmen Genji. Genji 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 Seh, unsichtbar ist. Oh, scheiße. ja schade schade es lief so gut und dann kam die die schütze sieht scheiße aus nee 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 danke danke ich will das halten nicht okay der war nett dazu gesagt gott anfangs war so schön und dann soll okay dann machen wir schnell mal hier raus und noch mal rein einfach noch mal eliminierung rein ich finde ich schnell noch ein match wo ich nicht so ablose ich bin ich wenn diese folge kommen bin ich noch auf der gamescom nebenbei das deutsche schwarzwald der deutsche schwarzwald kommt schönes ding nehmen wir gleich auf anhieb fahrer gleich auf anhieb fahrer ein rafix ein blechfuß und meine wenigkeit blechfuß kommt mir bekannt vor ich glaube mit dem war ich gerade schon im team eventuell keine ahnung also sie haben dort ein geschütz Der ist nicht so, wenn du sie verletzt hast. Na komm Kuckuck So Kuckuck 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 Ich hab ihn noch erwischt Ich hab ihn noch erwischt Dumpfist Aber schön, dass sich ihn grad noch so BAP! Erwischt! 3, 2, 1, los! Versuch es nur! Sie sind da lang genaucht! Teammitglied eliminiert! Alter! Ernsthaft! Der Drecks, Doomfist! Ok Bereiten Sie sich auf den Kampf vor! Werden Sie Ihren Helden! Dann machen wir das noch mal! Jetzt können die nämlich Doomfist nicht haben, hehehehe! Und ich muss mich mehr umgucken. Fällt mir hier so Pima-Dom-Main. Scheiße, die haben einen Tracer. Tracer. Komm. Was? Was? Ah, Torbjörn waren wir noch. Okay. Wenn nämlich denn sonst noch gerne. Mal so ganz gemein. Einfach mal so joke mäßig. Zum Metra einfach mal joke mäßig. Der Wahrheit bei den Menschen ist das Haus. Eins. Los. Matchpunkt. Selbstschussanlage bereit. Schade. 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 da so schön als symmetra noch ein paar von dem geschützten da das will kein schwein sehen da habe ich da eine aber auf die fresse bekommen okay würde ich sagen ich schaue noch mal hier kurz rein was ist richtig ich habe eigentlich nichts wirkliches ich muss mal ein bisschen mehr leute spielen fällt mir gerade mal so auf und ein und sonstiges weil farah ist ja eigentlich bezüglich luftüberlegenheit mein main ja hin und wieder dann noch hanzo spiele ich ja gerne doomfist letzter zeit seitdem er raus ist auch einigermaßen gerne habe aber wenig overwatch letzter zeit gezockt dazu gesagt symmetra habe ich auch viel eigentlich immer früher gezockt zumindest muss ich auch mal alle ein bisschen mehr zocken und eventuell krieg ich ja morgen dann hin die akade technischen sachen zu machen ist eigentlich totales chaos stärke dich und ergibt dich dem chaos trefferpunkte 200 prozent ultimative aufladungsrate 150 abklingzeit von minus 75 das ist ja nett lucioball habe ich kein bock drauf weil es ist lucioball naja vielleicht wie gesagt vielleicht morgen ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr schaltet auch in der nächsten folge wieder ein wenn es denn weiter geht hier bei over watching you tschüss ciao euer lewowski son